Musik Herzlich Willkommen, hier sind wir in Black Ops 2 auf der Map Slums mit der Waffe Ska-H im Hardcore Modus Und warum wir im Hardcore Modus sind und warum ich die Ska-H mit dem Schnellziehen benutze, werde ich euch gleich erklären Und ja, wir sind hier im Hardcore Modus, weil ein Abonnent sich das gewünscht hat Wie bekanntlich, mache ich ja gerne Sachen, die Abonnenten vorschlagen, gehe auch gerne auf Wünsche ein Und in letzter Zeit kam wenig COD, deswegen will ich mal ein bisschen was nachholen Fängt schon gut an hier mit diesem Double und dann werde ich hier weggenommen mit dieser scheiß Claymore Aber was will man machen? Okay, ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen auch im normalen Modus, denke ich mal, ein paar Live Commentaries bringen Aber der Hardcore Modus gefällt mir im Moment ganz gut, weil man einfach schnell die Gegner töten kann und nicht so lange braucht Und ja, aber Schalldämpfer, warum habe ich denn den Schalldämpfer drauf? Ganz einfach, weil ich irgendwie Schalldämpfer liebe, was war denn das? Bussi Bär Gaylord for the win Naja, 6-2, kann man lassen Ich bin ja jetzt nicht mehr so geübt oder so drin wirklich in COD Ich werde mich aber wieder einspielen Und jo Ich habe den Faden verloren Achso, ja, ich habe noch schnelles Magazin, wie gesagt Schalldämpfer und den Schnellziehengriff Warum habe ich den dabei? Wie bekannt ist ja das Spiel eigentlich mehr auf MPs ausgelegt Und damit ich da einfach flexibler bin und schneller, habe ich hier den Schnellziehengriff Und ähm Wow Wow, geil Jawoll, ey, die Runde läuft, würde ich sagen, wenn ich nicht jetzt noch abkacke Äh, und den Schnellziehengriff auch Einfach, dass ich hier schnell bin, weil im Hardcore Modus geht das ja ziemlich schnell Zwei bis drei Treffer mit egal welcher Waffe, dann ist man schon weg Ihr habt gesehen, das ging gerade so schnell Und dass ich einfach schnell auf den Gegner drauf bin Und äh, bessere Chancen habe, einfach das Teil hier mitgenommen So Und heute möchte ich mal ein bisschen was besprechen Und zwar geht es so um die Inaktivität der Abonnenten Das hört sich jetzt erstmal schlimm an Ich will nicht wirklich viel rummeckern Boah, ich habe schon gedacht, ich spreng den jetzt weg mit der Claymore Das wäre blöd gewesen Und ja, ich fange einfach mal damit an, dass ich gerne Ihr kennt es wahrscheinlich oder auch nicht, weiß nicht Ähm, aber es geht halt, äh, mit den Views bei mir irgendwie bergab Ich sag mal, von der Viewzahl her Hatte ich bei 400 Abonnenten genauso viel Views wie jetzt so auf den Videos Und es kann ja irgendwo nicht sein Ich meine, es sind 200 Abonnenten mehr Das ist, äh, ein Drittel mehr Aber die gleiche Viewzahl Vielleicht sind alle Abonnenten so alt und sterben ab Was ich nicht glaube, aber Moment Mein Bildschirm fragt immer, ob er sich ausschalten will Das ist echt so genial während des Spielens Dass er fragt, ob er ausgeschaltet werden soll Verstehe ich nicht so ganz, aber okay Scheiße Ähm, ja Ja, was mich, also als YouTuber Generell alle YouTuber antreibt Ist einfach Feedback, Bewertungen Und ja, halt die Kommentare Ist ja eigentlich das Feedback Das ist das, was einen antreibt Und das gibt es momentan irgendwie total wenig Vor der Berlin-Fahrt habe ich ein Video gemacht Wo ich über das 500-Abo-Special geredet habe Was mittlerweile zum 600-Abo-Special geworden ist Das 600-Abonnenten-Special Das ist wieder so ein Zusammenschnitt aus den besten Gaming-Szenen Ähm Könnt ihr mal gerne schauen Ist auf jeden Fall, äh, ein Blick Würdig, sag ich mal Es sind viele geile Momente wirklich dabei Habe ich wieder so ein Best-of zusammengeschnitten Könnt ihr gerne mal schauen Und, ja Stirb Ja, voll Ähm, wie gesagt Oh, was war das? Scheiße Ähm Ich bin wieder viel zu viel im Gameplay drin Wie gesagt Das Feedback Äh, das fehlt mir im Moment irgendwie Bei diesem Berlin-Fahrts-Video Habe ich nicht viel gerissen Ich war sogar sehr schlecht Und habe da nur ein bisschen drüber gelabert Das, äh, was ich so vorhabe In letzter Zeit Und ich habe 25 Daumen drauf bekommen Und nicht mal viele Views Aber 25 Daumen Das haben so viele bewertet Kein Dislike Es ist einfach der Hammer Und, äh, jetzt Irgendwie nach dieser Fahrt Hat es total abgenommen Ich weiß nicht, ob es an Minecraft oder so liegt Was ich nicht verstehen könnte Klar, okay Ihr, die COD-Leute Gucken vielleicht lieber nur COD Was logisch ist Und, äh, die Minecraft-Leute Die sind, glaube ich, ein bisschen offener Die gucken so ziemlich beides Aber, ähm Keine Ahnung Auch die COD-Videos Haben jetzt nicht so viele Aufrufe In letzter Zeit mehr bekommen Aber die alten Die machen komischerweise Immer mehr Klicks Keine Ahnung, wieso Aber ich will jetzt auch wieder Mehr COD machen Ähm Ich weiß nicht, ob ich darüber geredet habe Ich glaube, ich wiederhole mich schon wieder Aber was soll's Ähm, bei diesem Banner da Der ist ja schon ziemlich auf Minecraft ausgelegt Und das will ich wieder ändern Den hab ich selbst gemacht Das war nur, weil der alte mir auf den Sack ging Und, äh Ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet Wann es online kommen wird Ob der Banner da schon da ist oder nicht Aber ich werde auf jeden Fall einen neuen Banner bekommen Und der wird jetzt nicht auf ein Game, denke ich mal Spezialisiert sein Der wird einfach halt so sein Dass man sieht, dass sich was mit Gaming zu tun hat So in der Farbe Rot ist ja mehr oder weniger meine Kanalfarbe Und, jo Ähm Ich nehm natürlich gerne irgendwie Wünsche an Was ihr sehen wollt Deswegen schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare Was ihr sehen wollt Das ist, wie gesagt, einfach das Ja toll Vorher vielleicht sollte ich mal meine Gegner muten Das ist einfach das, was mich antreibt So dieses Feedback Was ihr sehen wollt Ob's euch gefallen hat Wenn nicht, könnt ihr Daumen runter oder Daumen hoch geben Deswegen, ich frag immer nach Bewertungen Weil das ist einfach das, was einen antreibt Und falls es euch wirklich überhaupt nicht gefallen hat Oder falls was schlecht war Könnt ihr ruhig disliken Aber bitte schreibt einfach dazu Wieso ihr es disliked Weil sonst verstehe ich das nicht Und kann damit relativ wenig anfangen So, jetzt werde ich hier einfach weiterzocken Weil ihr so lange kein COD gesehen habt Wird es jetzt auch ein etwas längeres Video Ähm, die Runde eben war ja eigentlich ganz geil Oh, ich bin sogar bester hier Werde mich hier wieder reinfinden Halt in COD Und jo, das ist halt das, was mich antreibt Und ich wünsche mir einfach von euch Irgendwie, dass es jetzt mehr Feedback oder sowas gibt Und Bewertungen Weil das ist einfach dann super Ich weiß nicht, ob es manche manchmal vergessen Aber es wäre halt so Ich dachte, es geht immer weiter bergauf Aber nach der Berlin-Fahrt hat es total wieder abgenommen Und ja Äh, bald wird ja auch die Road to Noob starten Das wird auch richtig geil Also da gibt es auch wieder mehrere COD-Sachen Müsst mir halt auch Äh, wenn ihr COD sehen wollt Müsst ihr mir auch schreiben Weil wenn ihr da nicht viel schreibt Äh, ich hab jetzt da letzt gelesen Partyspiel halt Und einen im Lauf Werde ich auf jeden Fall machen Aber Wenn ihr mir nicht, äh, schreibt Was ihr sehen wollt Dann, äh Ja, dann kommen halt einfach auch Ein paar andere Spiele Wie jetzt Minecraft, Survival Games oder sowas Meiner Meinung Auch Videos, die man sich auch anschauen kann Auch wenn man irgendwie mehr COD begeistert ist Ist jetzt kein Grund Ja gut Okay, kann ich jetzt so nicht sagen Wenn es einem wirklich nicht gefällt Das Spiel Okay, aber Die Videos sind auf jeden Fall sehenswert Weil an sich Schlechte Videos bringe ich gar nicht mehr raus Meiner Meinung nach Ich bin ja jetzt schon relativ lang auf YouTube Und hab da schon ein bisschen mehr Erfahrung Und falls ein Video wirklich schlecht ist Bringe ich das auch gar nicht Weil ich einfach Keine schlechte Qualität mehr bieten möchte Ähm So Oder war einer Bam Ist das ein Gegner? Was, äh Wie gesagt Das 600 Abonnenten Special ist draußen Könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen Würde mich freuen Und was jetzt auch da ist Ähm Ich möchte Ich weiß nicht Ob das ein paar von euch wissen Aber ich liebe MW2 Und der Commander Krieger Hat jetzt so eine Petition Ähm Angefangen Wo man unterschreiben kann Da müsst ihr Einfach nur Euren Wohnort Und das ganze angeben Das wird aber sowieso nicht für irgendwas missbraucht Oder Hör auf mich an zu schießen Okay Ich bin da jetzt reingerannt Oh Spasti Egal lassen wir es Ähm Auf jeden Fall könnt ihr dort Fiss dich aus meiner scheiß Bahn Sorry Aber Teamkill musste jetzt sein Keiner Und er hat mich irgendwie abgefuckt Und manchmal hab ich Rage Wenn ihr mal sehen wollt Wie ich wirklich live zocke Dann keine Ahnung Könnt ihr das mir auch In die Kommentare schreiben Da wird es auf jeden Fall ziemlich laut Weil ich muss mich ziemlich zurückhalten Muss ich sagen Gerade in letzter Zeit Ich könnt Hier hätte ich schon wieder losschreien können Also wenn ihr sehen wollt Ich sag mal Wie ich Ungeschnitten Wie Wenn ich COD zocke Und mich nicht zurückhalte Dann könnt ihr Lasst es mich wissen Auf jeden Fall Ähm Jo Ähm Und diese Petition Die sorgt dafür Oder sollte dafür sorgen Dass Das heißt Äh Ähm MW2 Keine Hacker mehr Auf allen Plattformen Sowas in der Art Und dort geht es halt darum Dass die Hacker Rausfliegen Dass Activision Äh Sich mal mehr darum kümmert Auf allen Plattformen Heißt natürlich Xbox PS3 Und PC Und da ich ja jetzt Äh PC Spieler Geworden bin Sag ich mal Ich hab ja früher COD gezockt Auf der Konsole Fünf Jahre lang Und war sehr gut Aber wie gesagt Jetzt hab ich halt gewechselt Den hab ich noch bekommen Und weil ich halt einfach Gerne mal MW2 bringen würde Oder mehrere Videos Von MW2 Wär es ganz schön Wenn ihr mal bei dem Video Reinschaut Ihr könnt auch Ähm Bei mir schauen Da hab ich ein Video Dazu gemacht Gebt einfach mal bei mir Ein MW2 Hacker frei Oder sowas in der Art Gegen Hacker MW2 Keine Ahnung Da solltet ihr das finden Und es ist ne ziemlich Coole Aktion Und ja MW2 Und ja MW2 ist einfach Ein Hammerspiel Aber ich bin mal auf Dings Ghost Dings Bums Wie heißt es Call of Duty Ghost Gespannt Da will ich ja auch Mehrere Videos machen Da werde ich auch Die Road to Noob Wenn ich sie endlich mal Angefangen hab Werde ich dort Wenn das Spiel rauskommt Denke ich mal Weiterführen Auch Partyspiel Serie werde ich dort Weiterführen Und all sowas Was ihr euch wünscht Keine Ahnung Wie gesagt ihr müsst mir halt Einfach mal sagen Was ihr da wollt Einfach mal aktiver werden In den Kommentarbereich Und Bewertungen Das wünsche ich mir halt Von euch Das wäre einfach toll Das ist halt so Ein Geben und Nehmen YouTube Und wäre halt einfach super Wenn ich mal so ein bisschen Mehr Feedback Da zurück bekomme Weil ich setze mich Wirklich immer Viele Stunden dahin Überlege mir Was ich machen kann Arbeite an meinen Thumbnails An der Audioqualität Und dem Ganzen Und da wäre es schön Wenn ich mal ein bisschen Was da zurückbekommen Also jetzt Ich mache halt Jetzt wieder mehr COD Aber natürlich Mein Kraft wird nicht Wegfallen Es ist einfach Auch ein Hammerspiel Ich mache das Was mir Spaß macht Und Jo Ich fokussiere mich Auch so langsam Okay ich habe jetzt Amnesia So einen Custom Story Mit dem Max Angefangen Ist auch sehr lustig Aber Ich habe mich halt Jetzt so ein bisschen Mehr spezialisiert Sag ich mal Ich habe jetzt Bring jetzt mehr Minecraft und Call of Duty Einfach beides Wie gesagt Minecraft Zuschauer Können auch ruhig mal In COD reinschauen Oder COD Zuschauer Oh da ist so ein behinderter Roboter Oder COD Zuschauer Auch mal in Minecraft So Würde mich auf jeden Fall Sehr freuen So Ist auf jeden Fall Alles sehenswert Ich bin der Best Ich bin der Best Und habe nur eine Eine AKD Okay der unter mir da Oder zwei unter mir Ist ein bisschen besser Ah du Spaß Ich bin zwar reingerannt Aber man kann trotzdem Aufhören zu schießen Aber ich glaube ich kriege Sowieso kein Kill Also kein Death Point dazu Angerechnet Ähm Ich wollte auch mal so Ein Klassenguide Wieder machen Könnt ihr mir auch schreiben Ob ihr das wollt Wir können natürlich auch Als Einzelner Ähm Ja jetzt schreibt er mir Du bist reingelaufen Super egal Toll Ähm Was ist das denn Neue Tarnung oder was Ach du Scheiße Diese Waffe gehört eher In Road to Noob Aber was soll's Ähm Jetzt habe ich schon wieder Den Faden verloren Ich hasse es Aha Nein Ihr könnt mir natürlich Als Einzelner schreiben Äh was ihr sehen wollt Aber auch wie ihr so ein Rage Live Commentary Oder sowas Äh finden würdet Könnt ihr mir natürlich Alles da lassen Ähm Mal gucken wie viele Kommentare und Bewertungen Das Video kriegt Bin ich mal gespannt Ähm Jo Was gibt's sonst noch So zu sagen Könnt ihr nochmal so Zusammenfassen Es geht nicht mehr lange Wie gesagt Ich wünsche mir halt einfach Dass ihr irgendwie aktiver werdet Wegen Bewertung Und dem Feedback Und dem Ganzen Und da war die Minigun Und ich bin schon wieder Langgelaufen Toll Toll gemacht Alpha Wie gesagt 600 Abonnenten Special ist draußen Könnt ihr ruhig mal reinschauen Und halt mal so schreiben Was ihr so sehen wollt Wir haben abgelost Nicht unbedingt wegen mir Aber was soll's Und deswegen Ähm Ich hoffe euch hat's gefallen Ähm Ja Schreibt einfach mal was dazu Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao